Bhagavad Gita, Vers 2.46 Alle Aufgaben, die ein kleiner Brunnen nach und nach erfüllt, kann ein großer See sofort erfüllen. Ähnlich kann alle Früchte der Veden erhalten, wer das Ziel der Veden kennt. Erklärung Die Rituale und Opfer, die im Karma kann nur Teil der vedischen Schriften erwähnt werden, sollen die Menschen ermutigen, allmählich nach Selbstverwirklichung zu streben. Der Sinn der Selbstverwirklichung wird im 15. Vers des 15. Kapitels der Bhagavad Gita deutlich erklärt. Das Ziel des Studiums der Veden besteht darin, Shri Krishna, die urerste Ursache allen Seins, zu erkennen. Selbstverwirklichung bedeutet also, Krishna und unsere ewige Beziehung zu ihm zu verstehen. Die Beziehung der Lebewesen zu Krishna werde im 15. Kapitel der Bhagavad Gita erwähnt. Die Lebewesen sind Bestandteile Krishnas. Wenn das individuelle Lebewesen daher sein Krishna-Bewusstsein wiedererweckt, erreicht es die höchste Vollkommenheit des vedischen Wissens. Dies wird im Srimad Bhagavatam bestätigt. O mein Herr, ein Mensch, der deinen heiligen Namen chantet, befindet sich auf der höchsten Ebene der Selbstverwirklichung, selbst wenn er in einer niedrigen Familie wie der eines Jandala, Hundeesser, geboren ist. Ein solcher Mensch muss alle Arten von Busen und Opfern in Übereinstimmung mit den vedischen Ritualen ausgeführt und viele, viele Male die vedischen Schriften studiert haben, nachdem er an allen heiligen Pilgerstätten gewadet hatte. Daher muss er als der vortrefflichste der Aryan-Familie angesehen werden. Bhagavatam 3.33.7 Man muss deshalb intelligent genug sein, das Ziel der Veden zu verstehen. Man darf nicht einzig und allein an den Ritualen haften und danach verlangen, zu den himmlischen Königreichen erhoben zu werden, um eine höhere Form der Sinnesbefriedigung zu genießen. Es ist in diesem Zeitalter für den gewöhnlichen Menschen nicht möglich, alle Regeln und Regulierungen der vedischen Rituale und die Anweisungen des Vedanta und der Upanishaden zu befolgen. Denn es erfordert viel Zeit, Energie, Wissen und Mittel, die Forderungen der Veden zu erfüllen. Das höchste Ziel der vedischen Kultur wird jedoch erfüllt, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet, wie es auch von Sri Chaitanya, dem Befreier aller gefallenen Seelen, empfohlen wird. Als Sri Chaitanya von dem großen vedischen Gelehrten Prakash Ananda Sarasvati gefragt wurde, warum er, anstatt der Veden zu studieren, wie ein sentimentaler Träumer die heiligen Namen des Herrn chantete, antwortete der Herr, dass sein geistiger Meister ihn für einen großen Dummkopf halte und ihn daher gebeten habe, den heiligen Namen Sri Krishnas zu chanten. Sri Chaitanya folgte diesem Rat und befand sich von da an in ständiger Ekstase, sodass ihn die Menschen für verrückt hielten. Im Zeitalter des Kali ist der größte Teil der Menschen verdummt und nicht genügend gebildet, um die Vedanta-Philosophie zu verstehen. Doch der Sinn und Zweck der Vedanta-Philosophie wird erfüllt, wenn man den heiligen Namen des Herrn ohne Vergehen chantet. Der Vedanta bildet die letzte Stufe des vedischen Wissens und der Verfasser und Kenner der Vedanta-Philosophie ist Sri Krishna selbst. Und ein Meister des Vedanta ist die große Seele, die mit Freude den heiligen Namen des Herrn chantet. Dieses Chanten ist das endgültige Ziel aller vedischen Mystik.